Hallo und herzlich willkommen zum Abschlussbericht der Demolition League. Ich bin Sintix, die Stimme deines Vertrauens und zeige euch einen kleinen Rückblick der Gruppe B der 4. Spielklasse. Ich hoffe die Demolition League hat euch bisher gefallen und dass wir gemeinsam das ganze Season für Season besser machen. Also teilt euer Feedback gerne im Discord mit uns, sowohl zur Liga selbst als auch zu dem Content drumherum. Also starten wir mit einem Blick auf die Tabelle. Auf Platz 1 ist Slow Aim Gaming mit 11 Punkten, auf Platz 2 ist Fruchtlabor mit 10 Punkten, auf Platz 3 finden wir Osnard Regret mit 7 Punkten und auf Platz 4 sehen wir Colpis Legacy mit 6 Punkten. Jetzt wo wir die Tabelle kennen, können wir uns die Historie der Top 4 mal anschauen. Luaim Gaming sind fast ungeschlagen in ihrer Gruppe und haben 5 von 6 Spielen gewonnen und 1 Unentschieden. Fruchtlabor hat bisher 4 gewonnen und 1 Unentschieden gegen Osnard Regret und 1 gegen Luaim Gaming. Osnard Regret hat bisher 2 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden und 1 Mal verloren und Colpis Legacy hat 2 Mal gewonnen, 2 Unentschieden und 2 Mal verloren. Ein Spieltag steht den Teams noch bevor, also schaltet fleißig ein, wenn die Teams um die Endplatzierungen kämpfen. Ich kann euch dann natürlich den Twitch-Kanal der Demolition League empfehlen, wo ich und weitere Caster mit unseren Stimmen die Matches kommentieren und präsentieren. So Freunde, ich hoffe es hat euch wieder gefallen. Die aktuellen Tabellen und Matches gibt es auf demolition-league.fun. Statistiken gibt es auf 1hp.de. Danke an die Demolition League, dass ich Teil des Ganzen sein darf und danke an Zakarium, Geldpilot24, Gamers Unite und GoBig, die das Ganze mit unterstützen und möglich machen. Ebenso danke an die Zuschauer und Teilnehmer. Bis zum nächsten Mal, euer Sintix. Bis zum nächsten Mal, euer Sintix.